Ist es nicht übelst warm in der Wohnung? Klar, ist es schon richtig warm. Das stimmt. Okay. Er hat einfach schlechtes Timing. Tut mir leid. Vielleicht auch nicht. Wer weiß. Das ist ja mein Zufall. Da treffen wir hier irgendwie mitten im Wald einen Typen. Okay. Alles klar. Na gut, na gut. Warte mal, hatte der nicht eine SKS? Der hatte eine SKS? Ja komm, dann spielen wir die Runde mal mit der SKS jetzt. O und P müssen wir jetzt nicht wieder machen. Ich habe nämlich auch das Cheekpad dafür. Noch nichts. Noch nichts schießt. Wo ist eigentlich das, das Scope dafür dann? Verstehe ich nicht. Wo ist, wo ist das Achter Scope? Spawn das jetzt immer ohne Achter? Was ist da los? Meistens immer relativ clean. Also ich will nicht übermäßig viel Zeug mitnehmen. Weil wenn ich irgendwann mal looten sollte, dann will ich auf jeden Fall linksloft einer. Den haben wir. Der Typ mit dem UAC kommt wieder. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, bitte nicht jetzt. Bitte nicht jetzt. Ähm, okay. Achter oben. Ich sehe ihn. Worauf klickt man da? Hier fährt ja auch so mit seinem Auto rum, wie er lustig ist. Warte mal. Das war mein Auto, glaube ich, von vorhin. Müsste also in Ordnung sein. Oh, oh Maul. Auch mal versucht, die Server zu wechseln. Oh, oh. Wow, hilげ. Oh, boyle. Oh, hoh. Oh, hoh. Oh. Oh, notify. Oh, Thirdict. Oh. Oh, 옆Maj Russ. Oh, nein heals. Oh, Mensch. Oh, nicht rechts. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, die Zone kommt. Habe ich gar nicht gemerkt. Shit. War zu sehr auf den K jetzt gerade abgelenkt. Aber so viel zieht die noch nicht, oder? Passt noch. Der muss sich auf jeden Fall heilen. Heißt also, der wird hinter mir sein. Weil ich habe den einmal mit der M24 getroffen. Oh ja, ich werde auf jeden Fall mit meinem UAC hier rein. Ich glaube, der ist tot. Der wird wahrscheinlich von der Zone gekehlt worden sein. Na ja, so ein toller Spot ist das hier nicht. Aber, ah, jetzt rollt mein Auto natürlich auch noch hinter. Die einzige Deckung, die ich von der Seite habe. Wo würdest du mich einstufen vom Skill in P.O.B.G.? Na ja, was für Skill. Taktiken. Aiming. Taktik. 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 Kein Platz mehr? Oh, ich habe zu viel von der Money mit. Na gut, ich muss jetzt aber los. Allgemein alles zusammengefasst. Oh, das sieht aber nicht gut aus für mich. Das sieht echt nicht gut aus gerade. Nein! Warte mal ganz kurz, Tobi. Warte mal ganz kurz, Tobi. Der hat auch schon in Nate geschossen. Geworfen, glaube ich. Der Typ da hinten geht mir richtig auf den Sack gerade. Die gehen mir alle auf den Sack. Kämpft euch mal gegeneinander. Nicht gegen mich alle. Oh, mein Gott. Oh. Fahr. Fahr. Ich glaube, alle drei haben gerade gegen mich gespielt hier. Alle drei. Ne, da ist noch einer. Okay. Oh, mein Gott. Puh. Alter. Alter. Ihr seid ganz schön fies, Leute. Oh, der eine muss rüberkommen. Sehr gut. Okay. Es leben noch zwei. Einer ist da ganz hinten. Er hat schon einen Schuss abbekommen. Und einer muss irgendwo da oben sein, der jetzt sich wahrscheinlich die gute Pose nimmt. Er hat ihn gekillt. Okay. Der Letzte ist hier oben. Und dann sag ich, komm, hör auf. Lasst doch, lasst doch. Pack mich nicht an. Pack mich. Pack dich doch gar nicht an. Und dann habe ich eine gezimmert. Oh. Shit. Knappes Ding hier. Uh oh. Ich habe ihn gesehen. Ganz an der Ecke hat er sich hingelegt. Der denkt immer noch, ich bin da drüben anscheinend. Er liegt. Er liegt. Genau hinter dem Hügel da hinten. Ich bin leider nicht in der Zone hier. Deswegen muss ich echt mal gucken. Von einer Skala 1 bis 10. Da steht eine 10. Also ich glaube 10, oder? Ja. Da steht eine 10. Bis zum nächsten Mal.